Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Meine Freundin ist auch mit dabei. Und wir sind heute bei Appassionata, wie versprochen. Und schaut mal, wo wir sind. Wir sind Reihe 1, Platz 1 und Platz 2. Ohne Eltern. Ohne Eltern. Nein, es geht noch nicht los. Es fängt in 15 Minuten an. Halb 6, halb 7 fängt es an. Das ist schön, was da war. Jetzt ist der Alter zu hoch. Okay. Wie soll man jetzt da runter, Mann? Wir müssen zu Reihe 1, Platz 1. Hier ist auf jeden Fall so. Scheiße, wo muss ich? Welcher Block habt ihr denn? Oh, ich bin jetzt wieder kapiert. So Leute, Reihe 1 und Platz 1. Okay, hier oben werdet ihr alles betrachten. Also hier wird dann so die Kamera stehen. Und ich habe 56 Minuten Speicher. Das heißt fast eine Stunde. Und so sieht es hier bei uns aus. Okay, ich hoffe, ihr hört mich. Und mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ey, und da hinten gibt es auch so einen Shop, da kann man sich so Klamotten kaufen. Ich werde mir dann später vielleicht was holen. Aber die Sachen sind sehr teuer. 20 Euro, 10 Euro und so. T-Shirt. Für ein T-Shirt. Ja, so war dann so ein Pulli, ne? Es hat sich was getan. Ey, die kriegen Popcorn alle da unten. Ah, die kommen hoch. Guck, die kommen hoch mit der Zeitung. Die kommen hoch. Ey, ich meine nicht. Ich wollte nicht auf die Menschen zeigen. Sorry. Ah, die kommen hoch. Da, da, da ist die Brau. Seht ihr, da, da, da. Da. Ja. Die bringen Popcorn. Ich hoffe, die kommen auch hoch. Sonst donnerst du es, ey. Nein, die vorne haben es bestimmt gekauft. Nee, wie denn? Echt nicht? Nee, bestimmt schon gekauft beim Bestellen. Oh, die machen auch die Lichter da drauf. Schaut mal, die machen die Lichter. Wir wollen nicht unseren Speicher verschwenden. Ich warte wirklich jetzt, bis es wirklich richtig anfängt. Oh, noch sechs Minuten. Ja, nee, nee, das ist klar. Heute ist der Kampflut in Dänien. Ja, nee, nee, das ist klar. Heute ist der Kampflut in Dänien. Ich lösche ein Spiel, damit ich das alles aufnehmen kann. Hallo, wie schnell die bremsen dir ab, ey. Ich bin nicht mehr, wo ich filmen soll, Mann. Ich raste so aus. Jetzt kommt das Beste, Mann. Jetzt habe ich keinen Speicher mehr. Ich bin nicht mehr. Vielen Dank. Ich hoffe, ich werde nicht die Zügel fallen, Mann. Die Pferde werden sterben, wenn der die Zügel ist, ne? Ich überhalte es mal auf den Skull. Gleichmäßig, das steht da drauf. Ne, 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 da steht drauf, Mann. Hallo? Ne, das kann ja wohl nicht sein, der steht. Nein, die Pferde machen es extra so weich. Ich suche eine Minute, Laura. Ich habe die Speicher. Du musst noch eine Speicher haben, weil ich vielleicht auch gleich keinen Speicher mehr habe. Nein, das ist ein Böbe. Scheiße, es plackert, es plackert. Ich habe keinen Speicher mehr, bitte, bitte, Speicher. Was, Schwieg? Warte, 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 warte. Lösch das, ich habe das doch alles. Ich mache es auch auf YouTube. Du kannst alles sehen, du kannst es deinen Eltern abzeigen. Oh, wie cool ist das? Hä, ne, 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 ne. Alter Schwede. Hallo? Die wissen schon jetzt, was die machen und die haben es so geübt. Oh, wie cool ist das? Oh, wie cool ist das? Das war ohne. Sagst du, wie cool ist das? Ganz, darling. Da kann man ihn neu eröffnen und das Lichtspieltheaters nicht feiern. Wer wollte es doch mit der Hochzeit, gell? Ja, so ist es. Ja, sie wollen sich heiraten. Und das gemeinsame Trauer wachten uns zusammen.